Die Corona-Impfung gilt als das große Heilsversprechen gegen die seit nunmehr fast einem Jahr dominierende Pandemie. Betrachtet man allerdings das Tempo, mit dem in der EU und dezidiert auch in Österreich geimpft wird, werden wir noch sehr lange mit diesem Thema zu leben haben. 6000 Österreicher werden seit Beginn der Impfaktion vor einer Woche geimpft. Das sind gerade mal 0,075 Prozent. Zum Vergleich, in Israel, wo etwa so viele Menschen leben wie hier, werden eine Million Menschen geimpft. Es stellt sich definitiv die Frage, ob der Impfplan der Regierung nicht zum Scheitern verurteilt ist. Denn die Impfstofflieferungen laufen mehr als schleppend. Nach den symbolischen 6000 Impfungen kurz vor Weihnachten steht das Rederwerk bis 12. Jänner still. Wie das Gesundheitsministerium sagt, werden bis dahin 100.000 Dosen zur Verfügung stehen. Pro Woche im Jänner sollen dann 63.000 Dosen folgen. Damit werden bis Ende Jänner maximal 150.000 Menschen geimpft werden können. Die Gruppe dieser ersten Impfphase umfasst allerdings doppelt so viele Menschen. Unklar ist, wann mit der Beimpfung der zu Hause betreuten Risikopatienten begonnen werden kann. Diese erfolgt nämlich nicht mit dem BioNTech-Impfstoff, sondern mit jenem von AstraZeneca, der via niedergelassene Ärzte verimpft wird. Allerdings ist noch völlig offen, wann der Impfstoff die EU-Zulassung erhält. Faktum ist, die Regierung hat ihr Impfprogramm voll auf diesen Vakzin aufgebaut. Verläuft die Impfstoffbeschaffung weiterhin so schleppend, wird der Impfplan der Regierung so nicht aufgehen. Und wir werden deutlich später als im Sommer ins normale Leben zurückkehren können.